...aufgrund der Programme mit maximal 10 Zeitrechnungen zuwiderwählen. Und hier oder durch andere Portfolie der Programme, die aktuell verboten sind. Überhaftig ist, dass die Programme in der Regelung schnell einer Hoffnungssichtungsrechnung ab. Praxis gibt es nicht, dass die Absatzregeln von 1,52 Karte bewahrt werden und das Geld der Alkohol und Wohlstand der Rettwürdigkeit. Eine Programmeanmeldung liegt nicht vor. Sie haben nun die Möglichkeit, eine Programme anzumelden. Sie haben die Möglichkeit, diesen Orten zu ereignen. George Orwell 2021 Julius Gemeinser aktuellen Corona-Notfallbeordnung sind ausschließlich Prozess mit drei Teilnehmern zusätzlich. Und wiederholen nochmal. gemäß der aktuellen Corona-Notfall-Verordnung den ausschließenden Sportfest-Ursammlungen mit maximal 10 Teilnehmern zusätzlich. Um doch einzeln und geordnet zu verlassen. Vielen Dank. Ja, jetzt steht einer hier und du nicht ab. Genau. Hinter uns. Da steht dein Kollege, ich wusste nicht. Ist es gerne? Ja, das steht dort. Ja. Es gibt viele Straßenbahnen mit, die werden auch schnell zu fallen. Gut, die haben jetzt nicht. Ja. Da kommen jetzt hier unten, die Richtung. Sollten es der Hand gibt, ist es ein super-schöner-Güttel-Bekannt-gewordenen 2K-Partys. Und dem wird an die Veröffentlichungsregel festgehalten, die ausgültet sich für Kultenschehen einstieg, sondern leiden, die Kultenschehen vorgelegt ist, und die Kultenschehenbüte von Kultenschehenbüten bestehren muss. Auf gerichtem Uptenschehenbüten... Kultenschehenbüten ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.